Stärmer, komm noch mit den Stärmer. Da muss ich noch eine Hand drum machen, das kann man nicht so machen. Wieder noch die Spitzen schneiden, wenn sie schon abstehen. Ja, machen wir das. Weil die sind schon abstehen. Nein, nein, das wird nicht, das werden ja nur die, die extrem abstehen, die werden... Ich zeig's jetzt gleich mal. Ja. Schlafen wir mal die Geräte weg, bitte. Ach so, ich möchte sie bunt, ich sag, aber nee. Sie ist blond, da kann man ruhig dann schwarz in die Mauer nehmen. Das sieht ja jetzt gleich wieder voller, also ich sag mal nicht ganz von Ansatz bis Spitze. Die waren ja auch nicht total ausgedünnt. Mhm. Also man sieht gar... Ich bin's nicht geworden. Kino ist schon schlimm. Lange Fahrt im Auto. Und dann... Dann haben wir jetzt mal jede Stunde fünf Minuten Gymnastik. Mhm. Ja. 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 Ja.